Hallo, ihr habt ein Kildo mit 3, Herzen von Kurt aus dem Rostingkanal und zu einem neuen Let's Play und zwar spielen wir heute Man in Black. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier alles gar nicht machbar als zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür, Freunde. Wenn ich ein bisschen glänze, ich habe gerade hier... Ich habe mich gerade rasiert und eingecremt, darum glänzt der Roste ein bisschen. Man in Black. Ich mache ein bisschen lauter, tippe um zu beginnen. The Telltale Series. Jo, zulassen. Wir lassen zu. Wir spielen also Batman... Nein, nicht Man in Black, ich spiele ja Batman, ich habe mich vertippt. Batman The Telltale Series. Ich will eigentlich Man in Black spielen. Hol dir das komplette Erlebnis. Nein, nicht jetzt. Feine Telltale... Jetzt nicht. Jetzt habe ich keine Zeit. Nicht angemeldet. Extras, Telltale, Potter. Nimm an den Diskussionen teil. Moment, ich gehe mal da runter. Episoden, Videos, Extras, Einstellungen. Dann gehe mal in die Einstellungen. Audio, Video. Gesamtlautzeuge 10. Minuten mischen wir uns die Landzeigen an. Größer Untertegel. Jo. Vorheriges Menü. Äh... Steuerung. Redigfalt in den Finger über den Bildschub. Sie ist Pausenmenü. Aha. Oh, oh, right. Vorheriges Menü. Episoden. Gucken wir mal in die Episoden rein. Epis... Achso. Episode 1. Reich der Schatten. Gekauft und installiert. Als schockierende Anschuldigungen laut werden, begibt sich Bruce Wayne in die typischen Symfe der Politik Gossams, während Batman dem mächtigsten Verbrecherboss der Stadt entgegentritt. Ich hoffe, wir werden ein bisschen Spaß haben. Euch geht's allen gut. Und vielleicht kommt das besser an. Ich weiß es nicht. Episode 1. Starten. Was? Wähle eine Bad-Text-Farbe. Yellow. Deine Text... Äh... Gelb. Okidoki. Weiter. Apparaten. Aha. Wir sind mal gespannt. Inhalte werden aktualisiert. In Vorbereitung. Äh... Shader werden für dein Gerät. Vorbereitung. Shader? Also ist ein Shader. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Leute, das ist überhaupt mal wieder so heiß. Ich mach mal hier mein... Meine Fresse ein bisschen größer. Wie gesagt, ich glänze halt jetzt ein bisschen, weil ich mich rasiert habe. Essen hab ich auch schon gekocht. Drei Kilo Farfalle von Bui, Toni. Äh... 70... Ja, es hat's gleich. Es ist jetzt 23.11 Uhr am Samstagabend. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein wunderschönes Wochenende und... Wir schauen jetzt einfach mal. Eigentlich wollte ich ja Man in Black spielen, aber ich hab mich vertiebt. Bin auf Batman gekommen. Sorry dafür. The Telltale Series. Aber können wir ja mal reinschauen. Batman... 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 Deine Entscheidung bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ich hoffe, es passt jetzt von der Lautstärke her. Wenn es zu leise ist, müsste ich mir das sagen. Ich hab das glaube ich mal gesehen beim Kronk, wo er das gespielt hat. Und ich spiel's auf meinem Tablet, ne? Mobile. Geil. Aus dem Google Play Store. Oh, Christ. Move in. Die Gordon. Aber ich liebe Batman. Ich find die Batman geil. Ich find mein Zeichen. Und der Rest in Body Bags. Ich find das cool. Ich mein, jeder kennt, wo ich sowas mag. Jeder hat es schon gesehen. Bei irgendjemandem auf dem Kanal, aber... Muss ich jetzt was tun? Ja, was kommt da von draußen rein? Das ist das Gesicht, Leute. Da muss man halt auch noch schnell sein, gell? Reagieren können. Oh je, da bin ich ja ganz absolut genietig dabei. Ich bin mal gespannt, wie es bei euch ankommt. Es würde mich echt freuen, wenn mal wieder ein bisschen mehr Content da wäre. Ja, mehr Interesse an meinen Videos, aber zu zeigen. Mau. Erlebt. Obwohl ich den Router neu gestartet hab. Extra Vorderaufnahmen. Ja, wo ist der Router neu? Ja, wo ist der Router neu? Möge so Telltale Storys. Ja. Ja, wo ist der Router neu? Scherz. Oh, oh. 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 Oh, digschel. Was für leider wäncker. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Und wieder Einer Weniger. Bildet einen Kreis. Ein Dreierkreis ist ein Dreieck und kein Kreis mehr. Pfeife. Ein kleines Bömmchen. Oder Gas. Scheiße, was ist das? Und wieder Einer Weniger. Und noch mal Einer Weniger. Ja, jetzt kriegt das ein bisschen Angst zu tun. Panik. Was wollen wir machen? Holy moly. Oh, den ist cool. Der hängte sie. Zum Ruhig und aufgehängt. I love it, I love it. Come back, come on. Come on. I love it. Boom, zuckerlaka. Oh, ich bin nicht so schnell. What a fool. Das ist ja für mich ganz schwierig. So schnell kann ich ja gar nicht reagieren. Aber es macht riesig Spaß. What? Jetzt haben wir mal einen eingeschenkt, oder? Boom. Und zuckerlaka. Voll der Kumpf hier. Boom. Smash it. Oh. Na ja, sieh dabei hier. Die Sterneleid und die Engelchen. Ili li li li. Nice one. Batman. Oh, was macht das? Didn't your mother teach you to knock? Catwoman? Behind you, big boy. What a bad? What the hell? Catwoman, oder? Ja. Jawohl, gib ihm. Man muss halt immer schön schnell agieren. Und das finde ich das Coole. Grafisch gefällt es mir wunderbar. Also, ich sehe da groß keinen Verlust zur PC-Version, oder so. Ja, Internet. Jetzt muckt es Internet, oder was? Aber es macht so Laune. You're under arrest. You're under arrest. Nichts wie ab... Ab vom Acker hier, Batman. Aber es ist cool gemacht. Cool umgesetzt. Für ein Mobile Game. Kriegt von mir mal... Vier bis viereinhalb Sternchen. Von fünf möglichen. Weil es macht mir doch schon Spaß. Sie haut ab. Ich hab schon zwölf Minuten aufgehalten. Ich hab schon erwähnt. Biss jetzt. Biss jetzt. Das nicht bei dir. Ich wusste, ob wir kreiselt die Verlust. Du verbruchst das Verlust. Hier bin ich. Biss die Verlust. Biss die Verlust. Die Verlust. Biss die Verlust. Die Verlust auf eine Verlust. Die meisten Menschen, die sich so wie das ender sind in Arkham. Einsam, ja. Wichtig ist das, was sie am Anfang gebeint haben. Mit der Entscheidungen treffen. Einsam, ja. Wichtig ist das, was sie am Anfang gebeint haben. Mit der Entscheidungen treffen. Die Verlust. Oh, hey. Hab ich jetzt als Siege... What? Böse Menschen. Tegwimmel hat mir einfach nur Platz gemacht, oder was? Tegwimmel hat mir einfach nur Platz gemacht, oder was? Tegwimmel macht mir einfach nur Platz. Tegwimmel hat mir einfach nur Platz gemacht. oh jesus ich kann nicht so schnell reagieren jetzt kommt sie mit der peiz hier no 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 was muss ich tun schieß es auf mach sie platt oh mach sie platt mach sie platt die olga ich möchte jetzt wieder drauf gehen jetzt habe ich so lange mit überlebt jetzt haut sie ab batman hinterher oh reporter keine presse bitte schön ausgewichen jawohl und einmal ausgewichen und normal in die magengegend jawohl und jetzt ab dafür und schulterwurf das problem ist das internet irgendwie hakelt es ein bisschen aber es macht trotzdem riesig Spaß jawohl nochmal hier abgeketscht yes ich bin mal gespannt auf eure reaktion und dann werden wir sehen ob wir das weiter spielen oder nicht gordon du kommst schon wieder zu spät oh das ist bad girl aber bad girl kann es ja nicht sein das muss ja catwoman sein weil catwoman ist ja eigentlich immer die diebin gewesen oder nicht oder täusche ich mich da etwa holy shit jawohl schmeiß auf den boden und jetzt knockout schreibt ihr mal in die kommentare was ihr meint wer ist denn das catwoman oder ja wo ich glaube ich ja das ding wieder jetzt können sie einen wappflug machen oh shit daneben gehauen fool ja warum sagt man nicht you are arrested baby warte oder nicht warten sie so höflich sind wir dann auch nicht mehr ne so kleiner stromschlag am abend abwegenden laden da habe ich was wieder nicht hier mitbekommen dass ich dort auftragen muss Ah, er hat sie! Happy End! Schön am Fenster runter hier rutschen oder hängenbleiben, jawohl. Sturz mildern. Und Badman ist halt smash, ne? Angeschlagen. Er hat sie. Aber das ist halt das Typische an Telltale, viel interagieren, und das find ich cool. Ah, hab dich. Ah, zieh sie hoch und jetzt gibt ihr ein bisschen. Tschüss, Fleramaus. Also sie ist auf jeden Fall Catwoman. 100% safe Catwoman. Ah, er macht schon richtig Laune. Catwoman. Miau, miau. Was ist so warm? Aber schon wie so? Ah, er macht richtig voll. Richtig voll. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar dranhängen. Geh raus aus den Schäden. Und sei Bruce Wayne heute Nacht. Oh, das ist eine viel schwierige Kampf. Lass nicht deine Familie-Legasie sein. Gut dann. Zeit, um die Stadt zu retten. Zeit, um die Stadt zu retten. Zeit, um die Stadt zu retten. Wie er läuft. Wieso? Als ob er sich was verklemmt hätte. Irgendwo. Erfolg freigeschaltet. Oh. Welcome to Gotham. Ich bin jetzt Level 4. Was soll mir das jetzt sagen? Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar, ein paar auf jeden Fall noch dranhängen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar, um die Stadt zu retten. Ich werde es nicht mehr auf jeden Fall noch ein paar, um die Stadt zu retten. Aber ich versuche dir, ein Votator für Harvey Dent ist ein Votator, um endlich zu schnauern. Oh. Together, wir können die Feuer aus dem Feuer und schlafen unsere große Stadt. Wenn nur Mr. Wayne, mein größer der Wachstum, das größte Wachstum, könnte das Applaus sein, dann würde er... Ja, da ist er. Faschina und faszinendlich late, wie immer. Say hi, Bruce. Äh. Mh. Welcome to Wayne Banner, everyone. My apologies for the late arrival. I'm not to worry, Mr. Wayne. We've all made ourselves very comfortable. Thank you, thank you, thank you. Ein bisschen Geschichte nebenbei muss das sein, ne? Bisschen Story. We will change Gotham. Yes. Mr. Wayne, what have you thrown into your house to us? Now, I know, this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle. So the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Relax, it was important. Not more than this. I know you despise these things and truth be told, I do too. What? A chance to show off your teeth and talk about yourself to a room full of money? Say it ain't so. It's called playing the game, Bruce. And tonight, if you hadn't noticed, I'm playing for City Hall. No one came here tonight to see me. You want to see the Bruce Wayne, right? You can see him just find yourself. It should be painful. It's not a kidney stone. It's only a little face time with potential donors. Your face specifically with a mouth that says, Support Harvey Dent. With the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash in boats. I don't think Gotham, a place for families again. So just put on your billionaire smile and don't punch anyone. I'll do anything for Gotham. It's my home. It's our home. This will help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now, all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like you use cars. It's for the record I have not been since before law school. No ideas? I guess I'll just stick with... What? Yeah, I must also read it. Oh God, that's so boring. Bruce, and then what I said... Together with me, we changed Gotham. A city free from crime. Where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey. But you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands. Come on. But, friends, I would say... I'm going to put it in a place. And... I'm going to come to the end of the day. Well, I'm going to take a moment. I'm going to take a moment. noch ein paar dranhängen und dann werden wir sehen wie ich bei euch überhaupt ankommt und alles andere wird sich zeigen wir bedanken uns natürlich bei euch fürs zusehen würden uns freuen wenn ihr wieder einschalten würde auf unserem rosti-kanal bitte bewertet das video schreibt was in die kommentare aktiviert die glocke und falls ihr noch kein abo habt einfach nur aufs köpfchen drücken press den hitbutton to subscribe ansonsten genießt das leben habt spaß aber schützt euch und bleibt gesund in diesem sinne wir sagen ganz liebe rostige grüße aus großem und schön mit und fingerdeck rot euer rosti thank you and goodbye stay healthy my friends bye bye